So, das wird Darko Hammer geklärt. Er ist ja jetzt der Minenchef und ich kann wieder neue Rüstung herstellen. Sehr schön. Jetzt werden wir auf jeden Fall erst einmal rumschauen, ob sich irgendwas verändert hat. Was? Ein Stapel Oakwood Slabs, 32 Oakstairs. Ja. Und für wen ist das? Neuer Minenchef, Herr Darko, Herr Tobias wurde enteignet. Stattwache. Genau. Oh. Hallo. Sehr gegrüß. Okay. Da hört sich das doch schon nochmal interessant an. Das hier, oder? Uff. Äh. Ja, gut. No. Du machst das. Äh. Ja. Du wirst das schon. Hallo. Bei ihm geht's aber auch ganz schön voran, oder? Ja. Stellen Sie sich mal zu der Blume. Was? Zu der hier? Ja. Äh. Hallo? Aber wissen Sie was? Ich brauch das eh nicht. Dankeschön. Und Magier und Stadtwache arbeiten ja eh zusammen. Kann jetzt ein Weilchen dauern. Wie die Erfahrungspunkte hast du denn? Es waren über 30. Schön. Sie wissen nicht zufällig, wer bei der Holzfällerin... Du weißt nicht zufälligerweise, wer das Schild bei der Baumfarm aufgestellt hat und dort was bestellt. Derjenige hat keinen Namen dazu geschrieben. Ne. Toll. Auch ganz schlau. Ja. Ja. Ja, wir sind schon auf 28 runter. Heißt, ob er ist so weit. Ja. Hey, Daco. Stell dich mal zu der Blume. Hallo. Alter, hör auf. Hör auf, jetzt sind wir zu blau. Ich mag die Blume. Ähm, Olaf? Ja. Komm mal her. Ja. Ui. 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 Oh. Ich hab die, ich hab die in blau. Ist die in blau? Ja. Zwei mal. Und ich hab auch was verrücktes, bitte. Es waren über 30 und wir sind jetzt auf 25 runter, Herr Darko. Die Brille sieht lustig aus. Das passt zu ihm. Willst du nicht so viel, vielleicht so ein geiles Essen oder so ein krankes Essen hier? Na gut, essen beschöre ich mich nicht. Äh, sie mögen seine Bälle? Nein, nein, er hat gesagt, hier sind Spaghettis mit meinen Bällen. Also Herr Darko, nur weil wir so viele Männer im Dorf sind, ja, ähm... Ist das er jetzt gegangen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat der Herr Darko ja doch so ein kleines Fable für Männer. Die sind die Schaden, würde ich sagen. Ja, das stimmt allerdings. Aber dann bitte nicht bei mir versuchen. Hi. Nein, nein. Haben Sie zufällig ein Glas lieber für mich? Ein Glas? Nein. Ah, schade. Es wird schwer, das aufzutreiben, wenn der liebe Ramon heute nicht aufsacht. Ich kann ja dann mal beim Herrn Ramon gucken gehen, ob er irgendwo noch ein Glas hat. Das wäre nett. Aber dann könnte ich weitermachen. Dann bin ich nicht so ein Zauberer, wenn die Leute nervt, sondern bin ich ein unsichtbarer Zauberer, wenn die Leute nervt. Oh, sie können sich dann unsichtbar machen? Ja. Oh, da müssen wir aber auch noch irgendwas finden, dass das halt genehmigt wird oder nicht. Naja, also sagen wir, solange ich niemanden unsichtbar verzaubert. Sie und niemanden verzaubern? Also vorher würde ich mich mit so einer Warzenhexe ins Bett legen, als ihm das zu glauben. So, die Pflanze hat mich leer gelutscht. Alter. Ja, viel Spaß damit. Ich gehe mal ganz kurz gucken nach dem Glas. Achso, Glas, so ein Block oder so eine dünne Scheibe? So ein Block. Okay. Okay. Äh, okay. Ui. Au. Äh, Herr Olaf? Da draußen springt er rum. Also in den Kisten hat er jetzt keins. Er hat nur ein Pferd im Haus. Er hat ein Pferd im Haus? Ja. Sieht ganz nach ihrem aus. Ist es braun? Ja. Aber man geht nicht ungefragt in fremde Häuser, Herr Olaf. Das ist echt mein Pferd. Also Herr Olaf, raus aus dem Haus. Ich darf ihn ja nicht mit dem Pferd belästigen. Nicht, dass ich da rein kann. Naja, aber Sie dürfen nicht ungefragt in fremde Häuser gehen. Ja, das müssen Sie mit dem Pferd reden. Sie sind das Herrchen. Das macht jetzt, äh, 50 Copper Coins, weil Sie es sind. Ah, ja. Äh, äh. Sie können es auch anschreiben. Ich, ich, ich lass es anschreiben. Er übernimmt die Rechnung. Tschüss. Tschüss. Ich würde was kaufen. Und was? Äh, ein Stack von, äh, von, äh, Slabs und ein halber Stack von, äh, von Steaders. Oh, okay. Ist das da vorne Ihr Schild? Jo, hab ich jetzt auch hingeschrieben. Das ist mein Schild. Okay, ich hab mich schon gewundert, weil kein Name drauf stand. Jo. Gut, dann geh ich die schnell zubereiten und bringe sie dann zu ihrem Haus. Okay. Gut. Okay. Ein Stapel Slabs. Ein Stapel Slabs. Haben wir hier. Oh, wow, wir haben das sogar alles. Äh, komm, lass mich raus. Ähm, jetzt muss ich gucken. Eins, eins, äh, das sind zwei, zwei Iron Coins. Mehr brauche ich nicht. Ja. Äh, ist die jetzt von alleine aufgegangen? Ich hab die aufgemacht. Okay. Äh, hat nicht viel Arbeit gekostet. Ich hatte noch ganz viel auf Vorrat. Mal vier. Äh, machen wir zwei Iron Coins, das reicht aus. Okay. Ah, und hast du, hast du Spinnenweben? Damit ich die... Ich hab, ähm, wieder ganz viele Fäden. Ja, ja, und das? Denn ich hab bei mir im Garten ein paar Pflanzen angebaut, die die, äh, ja, die Fäden geben. Okay. Ähm, wenn ich das nächste Mal hier in der Ecke bin, dann bringe ich es vorbei. Okay. Gut. Äh, so. Haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Dann gucken wir doch mal. Das Brot ist schon wieder alle. Sie kriegt nichts mit. Das waren nur vier Stück, das ist voll gemein. Das letzte Mal hab ich zehn, das letzte Mal hab ich zehn Stück rausbekommen. Ich hab's auch noch nicht aufgefüllt. Und ich hab davon auch schon welche gekauft. Meine. Oh. Äh. Äh. Ich war das nicht. Nein, gar nicht. Nein, ich war das nicht. Wieso verkaufe ich Ihnen diese Scheißschäder? Davon hab ich auch das letzte Mal drei oder vier Stück gekauft, also beschweren Sie sich nicht. Ja, aber jetzt beschwert. Ja, aber jetzt beschwert. Ah, nee. So. Äh. Ich wollte irgendwas. Ach so, ja. Ja, Fräulein Sissi, ähm, haben Sie sich mal Ihre Tierpopulation angeguckt? Ja, hab ich. Ein bisschen. Einige von den Tieren springen sogar hier draußen in der Stadt rum, weil das so viele werden. Ich hab's gesehen, ja. Aber selbst wenn ich Ihnen nichts zu fressen hingehe, vermehren Sie sich. Hm. Dann brauchen wir ein größeres Gehege oder Sie, oder aber Sie müssen alle Menschen bis auf eins rausnehmen. Vielleicht auch ein paar Wärme rausnehmen. Können Sie auch mal, aber tun Sie sie vorher noch melken, damit Sie schön viel Milch haben. Ach, und ich hab Ihnen das letzte Mal zwei neue Hühnchen besorgt, denn die anderen sind verhungert. Okay. Ja. Ähm, sonst noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Ähm, ja, dann... Achso, wegen dem, äh, Haus für die Stadtwache, haben Sie da schon so, so, Vorstellungen? Ich hab ne Vorstellungen, ich müsse mir so noch etwas zusammenrechnen, wie, mit wie hoch, wie breit und so, was ich für, äh, Ressourcen brauche. Ja. Okay. Ich hab, dann erst mal noch einen schönen, äh, Restabend. Nein. Also, wenn hier kein Durchgang steht, geh ich doch erst recht durch. Nein, nein. Kommen Sie mit, ich muss Ihnen... Äh. Ich habe eine versteckte Seite gefunden, irgendwie. Gucken Sie sich das an. Warte. Ich muss es nur schaffen, wenn den Mann abruxiert, ich hätte das ein bisschen dumm gebraucht. Äh. Äh, Moment noch. So. Hier. Was ist das denn? Platzieren Sie es mal auf dem Boden. Wie sieht das denn aus? Keine Ahnung, das ist eine Tiny Potato. Äh. Nee, Arschloch! Die sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. Yay! Drück mal drauf! Okay, ähm... Ich schenke die. Äh, danke. Bitteschön, du machst dein 100 Coins. Nein, Spaß. Ich kann die Zauber ja nicht hier ohne Geld rumlaufen lassen. Eben. Willst du auch eine, Sisi? Nein. Wieso nicht? Weil ich das nicht brauche. Stell dich mal hier hin. Das sieht auch sehr merkwürdig aus. Das ist das Einzige, was mir für deinen Kürbiskuchen fehlt, sind die Kürbisse. Ah ja. Nehmen Sie seinen Kopf dazu. Wie viel Kürbisse brauchst du? Wie viel Kürbiskuchen wolltest du? Äh, äh, ähm... Zwei, zwei Kürbisse. Komm sofort, bist sofort da. Okay. Also Kürbisse wachsen noch da hinten. Wo? Na da hinten. Das hab ich aber Ihnen das letzte Mal gesagt, Herr Olaf. Da, da bei dem Baum wachsen zum Beispiel noch welche. Ach so, okay. Apropos, ähm, ich muss dann sowieso nochmal zu Ihnen kommen. Ich hab da ein bisschen was, was Sie bestimmt brauchen können. Okay. Ah, und wenn ich jetzt mein Kürbis bin, lieben. Ach so, ja. Oh. Oh, wow. Das ist wohl ein bisschen zu viel. Ja. Äh, wie viel dafür? Verrechnen Sie es mit den zwei anderen Luftschiffen für die Stadtware. Okay. Gut, und, ähm... Wegen den Extrasitzen, äh... Ich kann mich auch reinrechnen mit diesen Feenern. Ja. Also, fahren. Ja. Die Sitze werden auch nur aus voller gemacht, deswegen... Deswegen kostet das auch nur drei Münzen, weil sie aus drei Voll gemacht werden. Okay. Und drei Ballons. Gut, okay. Ja. Alles klar. Ja. Was will ich mit diesem Ding? Das sieht so merkwürdig aus. Gut. Äh... Ach so, für das Vollein Sissy war ja noch was. Okay. Äh... Ich hab einmal das, einmal das, einmal das... Und dann hab ich hier noch sowas, was Sie an... Hallo, sowas an den Baum machen können. Ich weiß nicht, ob Sie das schon haben. Äh... Tatsächlich nein. Okay. Ich hab das gestern gefunden, als ich hier so ne... Äh... So einen Wald entdeckt hab. Und da hab ich noch ganz viele andere Bäume gefunden. Einer davon, man hat sogar, äh... Pflaumen getragen. Okay. Äh... Pflaumen hab ich, glaub ich. Äh... Ja, das ist hier so ein, äh... Ganz komischer, äh... Baum. Der sieht so aus. Was? Ich bringe Ihnen dann einfach mal die Pflaumen vorbei. Juh. Und... Ja, äh... Jetzt muss ich erst noch mal kurz zu dem verrückten Magier. Ui. Her, verrückter Zauberer. Ich hab was in meiner Kiste gefunden. Sie müssten ihren Mund aufmachen. Na ja. Oh. Ich werde ab sofort ein bisschen schweigen. Ich werde mich auch gleich schlafen legen. Und dann... Okay. Aber gucken Sie noch kurz her. Solange Sie noch mal sind. Falls ich es... Ja. Sehen Sie das? Ja. Sehen Sie es jetzt? Nein, aber ich seh Sie noch. Hä? Betrug! Was ist das denn? Das ist der Ring of Mana. Band of Mana. Der kann nicht Mana drin speichern. Okay, aber... Das blaue Zeug, was da drin rumschweigt, das Mana. Sieht köstlich aus. Ja, ähm... Kommen Sie dann zum... Achso, jetzt haben Sie es geschafft. Das sieht ja aus wie Blitze. Ja. Cool. Jetzt sind so... Jetzt seh ich nur noch Ihre Schuhe. Okay. Man kann Ihnen immer noch gleich viel schlagen. Also, da müssen wir auf jeden Fall... Da müssen wir auf jeden Fall noch was mit dem Herrn Magiemeister ausmachen. Machen Sie erst mal das hier mit dem Darko. Länger dauern. Lassen Sie den Käse in Ruhe. Oder die Milch, oder... Noch ist kein Käse. Das wird Käse. Okay. Okay, ähm... Hier, das ist das, was ich aus diesen Bäumen rausgekriegt hatte. Ah, okay. Vielleicht können Sie irgendwas damit anfangen und... Ich werde jetzt auf jeden Fall die Bäume in der Baumform anpflanzen. Und wenn jedes Mal was rauskommt, dann... Bringe ich Ihnen das hier her. Okay. Wollen Sie irgendwas dafür, oder? Äh, nee. Das Essen hier ist ja schon so günstig, also... Ja. Okay, dann werde ich es wohl nach oben. Wer... wer angebracht, also... Es kaufen eh schon genug, äh... Ja. Ja, es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie es anheben oder so lassen, weil... Ich denke mal, irgendwann wird es bestimmt noch nachhafteres Essen gehen und das können Sie ja dann teurer machen. Ja. Okay, dann erst mal... Schönen Tage. Ja. 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 Ja.